Wo bin ich? Ich lache. Ich treue mich. Ich muss viel früher anfangen, ganz im Ampel, ganz im Ampel, als er sich das erste Mal begegnet hat. Ganz im Ampel, als alles noch gut war. Diese Geschichte, sie erinnert mich so an meine Augen, sie haben sich ja nochmal wieder gesehen, als alles längst vorbei war, zu spät. Vielleicht ist es so, dass wir einander gerade mal ausweichen, wo wir einander so gern begegnen möchten.